Jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von Let's Play Force. Mit mir heute auf BF4, Battlefield 4, die Beta, Neonatore. Sagt doch mal bitte hallo. Hallihallo. Ja und... Ja, heute geht's los, ne? Ja, der erste Tag der Beta und wir sind mitten im Kampfgebiet und wir machen sie heute fertig. Ich würde mal sagen, Neos, komm mal bei mir. Ja, der Turm, der auch mal, ja, runterfällt. Ja, ja, den Turm haben wir jetzt beide schon kennengelernt als Ortshünder. Ja, die erste Hunde haben wir schon... Ah, da sind sie schon hinterholt. Ja, ja, ja. Ich würde mal sagen, wenn wir jetzt runterkommen. Alter, da darf doch nicht warten. Nee, nix runter. Alter. Oh, ja, geh' ich wieder rauf. Ne, 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 bleib hinten, bleib hinten. Warte, ne. Wir sind hier oben. Alter, Mann. Ich werde jetzt noch kurz meine Aufnahme ab, weil das auf jeden Fall bei mir nicht hinhaut, ja? Ja, okay. Und wie ihr gerade gesehen habt, wir haben das kleine Problemchen hier. Man muss sich erstmal anpassen, denn das klappt gar nicht. Man drückt dauernd auf Select, weil man spotten will oder weil man seine Punkte sehen will. Dabei geht das über Start. Also jetzt nicht das spotten, denn das wissen wir immer noch nicht, wie das geht. Ja, ich hab' schon gesehen, es gibt ein paar Möglichkeiten, hab' ich... Ich bin nur wieder hintergekommen, wie ich das... Ne, lass mal wieder B zu hoch. Ich hätte gedacht, dass man mal C einnimmt. Ne, 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 ich will die haben. Obwohl, ne, ne, ne. Geben wir zu P. Ach, ich bin nur da auch nicht. Ne, 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 ich hab' mir das, äh, andere überlegt aus dem Tank. Scheiße an, es tut nur ein Tank. Ach so, ich hab' noch... Also, da wird hier noch. Und, da schwimmen, da schwimmen, das Hammergeil. Oh, ja, viel Wasser hier. Äh, das Klientang geht auch ein bisschen schneller hier, so. Von der Schnelligkeit ist da ja wirklich ein bisschen... ...dass hier geht. Ja. Es gibt aber auch ein paar Fakes hier, die nicht so schön geworden sind. Alter. Zum Beispiel die Tasten wurden umgestellt. Messern tut man jetzt mit dat, äh, in der rechte Analog. Und dat find ich, äh, gut, weil man, wenn man sich direkt spritelt, dann muss ich gleich mal auf die andere Taste draufklicken. Du kannst direkt messern. Aber dat muss man sich halt als, äh, das mal angewöhnen. Gewöhnungssache halt, ne? Bin auch hier. Und dat ist ne geile Sache. Man muss, man muss ja an den Knopf drücken. Predikum. Quatt. Ach so, ja. Ja, das ist auch ne geile Sache. Du kommst nach Hause und musst dann hier raus. Ich bin kein Sniper. Hä? Seit wann haben wir denn Sniper? Ich bin Sniper. Nee, ich bin Sniper. Vier, drei, zwei, eins. Bleib am Leben, bleib am Leben. Okay. Alter, was war das denn? C4, die sind Noob, ey. Das darf nicht wahr sein, kriege ich schon hier voll auf die Fresse. Warum kann ich bei denen spawnen? Ei, ei. Ach so, ja. Und dat ist auch noch ne geile Sache, die die gemacht haben. Man kann nicht bei jemandem spawnen, während der gerade unter Beschuss steht. Das bedeutet, das passiert nicht mehr, dass man spawnt und weg drauf geht. Ja, was ich aber irgendwie geil finde, dass man von Haus aus jetzt bei Teammitgliedern und so spawnen kann. Ja. Fällt mir. Also, Verbesserungen, äh, ja, sind sehr viele aufgetreten, aber halt auch, äh, zum Beispiel der Eroberungspunkt, wie ihr seht, das ist immer an der Ecke. Irgendwo oben. Oh, scheiße. Ich erklär was und der schießt mich ab. Was bist du mal für ein Idiot? Verstehen die doch nicht mal, wenn man hier jemandem was erklären lässt. Und warum kann ich bei Nihon das bauen? Der ist tot. Alter, ich muss den Defibrillator hier machen. Ich guck gerade ein bisschen hier runter. Da, ich bin. Bei mir auch gefällt die Welt, wenn ich diese wirklich schöne Bühne bin. Ja. Also, von da, ich glaube, das ist genial. Wunderbar. Also, okay, geht Objective Alpha. Ich würde sagen, wir stellen uns jetzt zu A und warten, bis, äh, B entstürzt, ne? Ne, 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 ich will B haben, auf jeden Fall. Warum willst du unbedingt B haben? Willst du unbedingt sterben? Ja. Komm, A6 ist jetzt auch bei B, die geht gerade hoch. Ich geh schon mal hoch. Alter, wo war ich hier? Wat für leise sein. Aber ich hab ihn gekillt. Ne, hab ich nicht. Freuen sie auch, ja. Seid ihr alle oben? Er versucht gerade, A6 wieder zu gehen. Aber er geht schon mal hoch. Und drin. Und drin. Scheiße, sorry. Das war jetzt, als ich vorhin am Wert habe. Dass man in aller Sekunden weggeht. Yay. Wer ist denn tot, Alter? Nein, ich wollte ihn wiederbeleben. Scheiße. Oh, Mann. Also man muss sich wirklich hier, äh, sehr dran gewöhnen. Das ist Gewöhnungsbedürflich. Auf jeden Fall. Aber weißt du, was ich jetzt mache? Ich mach mal hier Pionier. Okay. Ne, ja, APG kann nicht schaden. Ich bin in der Hustle Helikopter. Ich bin in der Position. Ich bin in der E-League. Ne, 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 hier ist ein Tank hier drin. Mann, ich komm bei dir mit dem Zephyrern, ja. Und der Erste ist auch schon drauf, ja. Er brauchte uns Zephyrern. Ist klar. Kommt ihr rein. Leute, kommt ihr rein. Ja, ich komme. Achtung, sie kommen, sie kommen. Sie stürmen. Okay. Es leckt rum. Ja, jetzt muss sie zu lang zu sein. Ne, es hat rumgelegt. Ich wusste auch schon gut, aber... Wir sind alle tot. Ey, das ist eine Scheißrunde, muss ich nur mal sagen. Vorherige Runde war ja big fein, oder? Ja, die vorherige Runde, das war ganz schön geil. Aber diese Runde, die... Ja, ich wollte sagen, es ist alt. Die ist ein bisschen scheiße. Ja, das ist ein bisschen scheiße. Ja, das ist auch nicht scheiße. Ich wollte mir eine Little Bird. Ja. Mein Weg ist was, ich bin jetzt nicht mehr gefüllt. Das ist ein bisschen scheiße. Ich wollte mal, was ich bei Wehverreisen hatte. Ja, die ist nicht überführend. Ähm, aber... Das würde ich nämlich auch sagen. Ah, hier kommt ein Tank. Ja, ich glaube, das kommt so ein bisschen schön. Aber irgendwie kommt man ziemlich schnell vom Fleck runter. Ja, aber ich kann damit überhaupt nicht umgehen, muss ich sagen. Also die Steuerung... Oh, Mann. Ja, natürlich, ich habe nicht gesehen. Das ist doch sehr gefährlich. Ja, genau. Und wir lassen... 3 Sekunden bitte noch. Objektiv Bravo ist jetzt neutralisiert. Holen wir erstmal die Einsatzgruppe. Ey, ich hole mir direkt B. Und da kann man weiter hoch. Da kann man weiter hoch. Alter, was soll ich jetzt noch machen? Ey, den habe ich mir geholt, Alter. Den habe ich mir geholt, Alter. Döder. Der wird uns vor und rein. 7 Sekunden. Puh. 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 Oh, ich habe gesagt, ich weiß nicht. Sie laufen da alle hier. Ja, da kann ich nicht. Das ist ein Verflüchter. Ah, das ist ein Zart. Ja, gleich ein andermal. Alter, der darf nicht wahr sein. Nein. Jetzt sind doch ein bisschen die andere Löcher geworden. Jetzt hab ich sie dran, Alter. Und wieder auf. Alter, was macht das denn? Ja. Wie funktioniert der denn? Wie funktioniert der denn? Ja. Der killt sich die ganze Zeit. Der ist nicht schlecht. Der hat sich schon klein gelegt. Okay, die E-Frage gehört ist... ...erst mal wieder down. Ich bin tot. Ich bin tot. Was? Was? Ja, was ist denn? Lass mal zu Dingsbums hier. Zu B. Ja, ja. Du hast noch eine Spawn-Bake. Ich bin schon unterwegs. Nein. Nein, hat er nicht mehr. Achso, das bedeutet, man kann einfach nur irgendwo spawnen. Egal wo. Die kommen runter. Die kommen runter. Die kommen nicht runter. Komm, wir gehen über zwei Wege. Aua. Uh. Hast du noch überlebt? Ja, ich hab's überlebt. Nein! Scheiße. Schon wieder, ey. Und ich muss mir angewohnt, diese Select-Taste nicht mehr zu benutzen. Toro, den ersten killieren. Ja. Geh nicht drauf. Scheiße. Ey, wir schaffen es nicht, ein B zu holen. Wie kann das sein? Fliegt gerade. Und Askator ist auch schon drin. Ja, der nächste Let's Play werden wir mit mehreren Leuten machen. Wahrscheinlich voller Squad. Fünf Leute, das reicht doch. Ja, guckt mal, guck mal, das ist reing. Das ist auch eine gute Sache. Einfach hier, die Dinger hoch. Ach, wenn ich das jetzt gegen die Eier bekommen hab ich hier. Das hast du, wenn du dir der Let's Play anguckst, das hast du gegen die Eier gekriegt. Ach so, weiß einer auch fertig, oder? Bitt, du musst jetzt mit zwei Headset werben. Nein, mit einem Headset. Warum? Ja, sowieso. Wollte ich einfach nur ein bisschen machen. Ob du Leif 2 hältst jetzt an? Ne, weil ich sehe deine Mikro da bei Battlefield. Glücklich. Ja, als ob du mit A6 und Dingens anlabern musst. Ja, das ist ein richtiger Camper. Wir müssen am anderen Weg auf den Turm fliegen. Weiner. Oh, komm du. Weiner. Okay. Ich bock. Nein. Was? Weiner weg, du hast echt stücken gar nicht, ey. Was? Du hast doch das selbe, Frank? Ja. 5 zu 11. Ich krieg schon die ganze Zeit kein Kill mehr. Ja, was soll ich sagen? Glaubst du auch umsteig, äh, steig ich jetzt in den Tank ein hier? Ja. Yo, mae jetzt läuft es wieder. Halt, was? Argin. Hatschen? Hat denn der eine Schottie schon, oder was? Weil Dose ist ja der, ähm, das Schottie-Jainen, ne. Ey. Ja, irgendjemand hatte ja ne Schott, ey. Alter. Auch nicht schlecht. Das war doch scheiß Feuer. Alter, Alter! Delta lebt doch ein einziger Jahr. Ich bin zur Seite gegangen. Jetzt geht rauf. Yo, im WG, ich hab noch im WG. Die Beine weggeschossen. Alter, es läuft! Alter. Das darf nicht wahr sein. Hast du das gesehen? Ich hab keine Mundi mehr. Ey, ich muss ein Kit aufgeben. Ich hab keine Mundi mehr. Ja, komm, steig ein. Ne, ne, nix da, steig ein. Das ist ein MG. Was ist das denn hier für'n Scheiß? Ein MG. What the fuck. Und jetzt wollen wir bei uns. Ach, warte. Ich geh mit dem Wasser mit 8 M. Schuss und hab jetzt 15. Seine MG. Aber der hat den Mephion hier. Und der hat diesen, äh, Rock'n'Buncher oder was das auch für'n Scheiß eingekommen. Achim, passt gut. Darf ich mal Muni hin. Dann füllen wir uns alle auf. Alter, Entschuldigung. Da müssen wir hochgehen und die fertig machen. Ja, ich kenn dich. Ich hab'n gegen den Trink. 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 Dann kämpfen wir halt. Nein, im G. ist so scheiße. Dio, dein dreckiger Kämpfer. Stimmt, Gott. Toll. Die Döde. Ja, Alter. Aber das hat mir hier gefallen mit Pionier. Dieser MX2, MX4, das ist schon ne nice Rache. Alter, ich hol mir jetzt. Nee, das ist mir so. Ey, John Leuk, mach doch ein bisschen. Ich hab'n geschült. Ey, wenn ich ne M5K in der Hand hätte, wär' irgendwie sowas wie geil. Hey, ich hab' zwei. Ey, komm rein, du. Ich hab'n gefeind, John Leuk. Ich hab'n jetzt sofort sowas für den Kanaten. Und zwar, wenn du in alle am Bahnhof bist, da unten, ist ein Scheiter für die Straßenwahn. Komm. Könnt' ich mir das mit dem Pionier mit Pionier kaufen kann. Ah, ich hab'n gar nicht. Ey, kannst du nicht irgendwo Snipern nehmen? Aber, ich hab'n, ich hol' mir nicht. Ich hab'n Sniper mehr. Ich hol' mir wieder die letzte Wörter. Warte, ähm. Da steht halt drauf, dass du aufzubilden bist und so. Und dadurch kannst du dir dann die richtigen Fahrkarten kaufen. Ich nehm' mal kurz ein bisschen zählen. Ich glaube, wir auch brauchen, wenn wir sind. Ey, wir verlieren die. Da krieg'n ihr Kämpfer. Mensch. Das ist so ne... Das ist so ne kleine Karten, ähm, das ist... Wir haben so'n Karten, also so'n Brutausweis ist das. Den zeig' ich dir vor und damit kannst du'n... ähm, zu lösen den Karten auch. Ja, aber, ne, zu stark kann man leider das nicht. Ah, ja. Also, es ist ohne... Hat das geklärt. Da waren noch mehr. Unten im Bahn... Unten im Bahn... ...unten Bahn... ...Panus ist fünf Stunden. Irgendwo... Da unten ist auf jeden Fall ein Scheiß. Ja, da waren wir... ...und so'n Karten. So... Ey, was ist das? Wieso sch... Wie ist das so schnell, ey? Was ist die Reaktion für euch? Ja, halt schon. Nein, das darf nicht wahr sein. Aber ich hab' einen weggeballert. Das ist ja schon mal was hier. Fünfter Platz, 11, 14, das geht eigentlich. Also, ich will mich jetzt nicht beklagen. Wo bin ich hier? Ja. Wo bin ich grad' von der KD? Ich hab' keine Ahnung, grad will ich mich nachschauen. Ne. Warte. Nee, du wirst nicht nachschauen. Hab' ich überhaupt... Nein, scheiße. Du sterb' ich denn wieder? Wo ist denn der Rom? Das darf nicht wahr sein. Ich bin auf Stufe 2 aufgestiegen. Ich weiß gar nicht mal, was für eine Stufe ich bin. Ich bin immer noch nicht Stufe 1. Alter, ich wollte die grad abschiessen. Komm, schneller, schneller. Ich bin untertastet. Verlibert geht am Wochenende. Stopp, 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 stopp. Hab' ich gesehen, nicht tot, ja? Nee, nicht tot. Oder? Warte, nicht tot. Nee, war nicht tot. So, hat doch Spaß. Hörf. 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 Warte, ich komme jetzt. Hörf. Warte, ich komme jetzt schon. Hörf. 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 Das darf nicht wahr sein. Kurz vor kurz. Wir haben so verloren, ey. Hörf. Loppa. Hey, dann wird nicht schon Blackác-Sport vor schloss. Nun, Leute, das war's hier. Mit dem ersten Let's Play von der Beta. Wie ihr seht, es ist ziemlich schwer. Mann muss sich erst mal Playstation entwickeln, da fanden- wieso hat sich mein PC gehçons? Geil, das ist es, ich freu mich auch auf Battlefield 4, das richtige Game. G eint, womit sein Aztrick gemacht hat sich meinen PC gradaire, kann man doch sagen, oh ich habe die P7, glaub' ich, freigeschaltet. Wenn das National 7 war Cool, ey, voll die Verwasche Na gut, hier Assegments Unlocks Progression Ja, Progression, sag ich Progression Das darf nicht wahr sein, in einem Let's Play Na gut, Leute, bis zum nächsten Let's Play, ich hoffe es hat Spaß gemacht Ja Und bis nächstes Mal Auf Wiedersehen